Der neue Kleinwagen bei Ford heißt jetzt nicht mehr K, sondern Ford K Plus. Er glänzt mit Raumangebot, Wirtschaftlichkeit und Fahrspaß. Der K Plus hat nichts mehr mit seinem Vorgänger Generation gemein. Er basiert jetzt auf der B Plattform, die auch für den Fiesta, den EcoSport und den B-Max zum Einsatz kommt. Ganz besonders punktet der K Plus mit der Sitzhöhe. Der K Plus ist 29 cm höher als der Fiesta und das kommt voll der Kopffreiheit zugute. Die Motorisierung des K Plus basiert auf der Duratec Motorenfamilie. Die 1,2 Liter Vierzylinder Motorisierung bietet 70 oder alternativ 85 PS. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.